Eine Trampelfahrt? Ich frag mich, warum man nur 15 kmh hier fährt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, man erkennt sie ja kaum hier. Ja, wie gesagt, der Tag, ne? Morgen ist es vorbei. Und jetzt geht der richtige Tag jetzt los, ne? Ja, ich versuchte mit meinem kleinen Vehikel immer in die Richtung zu fahren, aber naja, richtige Straßen sind da hinten ja nicht. Sie können auch gerne mein LKW nehmen, wenn Sie möchten. Das ist gar kein Problem. Ja, wenn Sie möchten, können wir die ganze Tour nochmal wiederholen. Und es ist nur sehr zeitaufwendig, wenn Sie diese Zeit investieren möchten. Das ist okay. Naja, ich lasse Sie alleine fahren mit dem Fahrzeug von mir. Okay. Wenn was ist, können Sie mir ja schreiben und dann bin ich ganz schnell mit dem Heli dort. Ja, okay, gerne. Wollen Sie auch so hier stehen lassen in der Pampa draußen? Das findet ja eh niemand. Dann könnten Sie mir ja mitfliegen bis zur Garage und ich packe Ihnen das Fahrzeug aus. Okay. Aha, yeah. Okay, komm, 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 komm. Danke für den FOLLOW, yeah. Tuck is cool, yeah. Danke. Danke fürs FOLLOW. Ah. Dann, ähm, mal gucken. Schon. Schon lange nicht mehr geflogen. Das ist eine Lüge. Mein Gott, selbst Helikopter können Sie fliegen. Wow. Bis jetzt. Jetzt. Tschüss. Shh. Sp เขanie. Aber im关. Jetzt. Nachtigas Schöpfe Ja, in der Theorie ist das ja hier sowieso ein offener Server, also wenn ihr zwangsweilend auf mich trefft, könnt ihr auch mit mir spielen, aber... Ja, sie müssen jetzt auf die Seite gehen, sonst werden sie von dem großen Ding verdrückt. Ähm, allerdings habe ich so meine Pappenhainer, mit denen ich eigentlich normalerweise spiele, also, ähm, oh, oh, äh, oh mein Gott, also ich bin total dankbar, danke. Das ist kein Problem, kein Problem, äh, wie gesagt, äh, sie finden mich unter dem Namen ZK Lucadura. Äh, in ihrem Telefon. Ja, wenn was ist, werde ich mich melden. Dann können sie mir Bescheid sagen, falls irgendwas ist, dann komme ich. Ich werde auf jeden Fall ein paar Reparaturkits einpacken. Ja, ja, würde ich Ihnen raten, ja. Aber, ähm, wirklich, danke sehr. Das ist echt nett. Ähm, kann ich das Ihnen irgendwie wieder vergüten oder so? Ne, 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 Postschule, Postschule, behalten Sie, machen Sie, was Sie wollen. Ach, also. Ach, also. Ach, also. Ach, also. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Karellmann aus! 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 Oh, ich bin nicht allein. Im Grunde. Irgendwie. Man findet immer schon irgendjemand, der mit einem mitspielt. Aber, ähm, zufälligerweise, ähm, hatten wir vorhin einen getroffen, der uns sozusagen die Drogenplantage etwas näher gebracht hat. Und zufälligerweise, scheinbar, wenn ich das richtig sehe, ist er sogar hier im Channel. Ah, wie cool. Hallo. Ist ja, Kass. So. Außerdem fühlt sich der Server eher so langsam. Wo kann man denn hier so mal die Abgriffe